oh tank design oh tank design wieso machst du so viel schaden du gehst full tank und one shot ist mich ich gehe full damage interessiert gar keinen hier so ja herzlich willkommen meine freunde was geht was geht was geht was geht ja heute gibt es und wir müssen ja so eine balance finden es gibt so leute die sagen ja tobi wenn du lidl ist finde ich das cool wenn du tolls nicht cool wenn du retarded bist finde ich cool aber es gibt dann auch so die leute sagen ja tobi mach mal mach mal mach mal und heute machen wir das heißt gestern war so nicht ernst nehmen leute bitte nicht zuhause nach machen naja und so leute try it geschrieben ja du musst diesmal und du musst das mal leute das ist lidl seht lidl lohnt sich aber sonst gehe ich auch gerne ediki oder so ja gut und heute müssen wir elo machen ich habe 15 punkte bin aktuell bei diamond 2 ja ich weiß ich bin gerade am klettern ich war ja diamond 4 stopp was hab ich gesagt platin ich war platin 4 die ganze zeit jetzt bin ich so ein bisschen am tryharden und bin jetzt platin 2 hat eine ziemlich gute im air wir spielen gegen silas ich weiß dass viele silas hassen aber ich glaube seitdem er ein bisschen geändert wurde es ja gar nicht mehr so toxik also da seitdem er kein aftershock mehr hat ich glaube es ist möglich wir spielen außerdem wieder bresti ich muss sagen für bresti würde ich meine hand ins feuer legen bresti ist richtig gut give me some early help and item bitte nicht bitte nicht bitte nicht hier kriegst du zurück bets oh wie viel schaden saramoid das war auch nur ein weh ja saramoid also ich denke also ich finde bresti richtig gut da bin ich ein richtiger freund von hashtag freund ja grundsätzlich grundsätzlich ja hier 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 sie sich raum hier sich raum und kommt geben dann nimmt dann Mosch amerika Click πάaneous gut schade hatte mich genommen aber er wird noch näher doch schon seine fast drin das gut das heißt die erste class ist raus 1 0 für mich 1 0 für mich ich würde euch auch gerne die story zu meinem champion ruhi ich habe meine w auf den falschen sagen das ist schlecht das ist schlecht tatsächlich das war 11 vielleicht sogar 21 für ihn aber was ich ist kann noch werden sagt man immer in gebärdensprache ich glaube wir brauchen die e ok das ist sehr dick easy solo like free ja schön triumph meine freunde ich war lange zeit lang so am überlegen ja triumph ja triumph nah ich kann sagen triumph ja und warum haben wir gewonnen wegen brest die leute nein 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 ich gehe einfach hier lang und jetzt gehe ich hier lang und jetzt gehe ich hier lang was seit wann spielt man nicht kneit aber er hat keine assist bekommen seit wann spielt man bitte ich kneit auf sejohani ich hätte es zu weif like in hero okay wir gehen starkes early game das heißt wir gehen glaube ich dolands den ring von dolander ja für alle die sich noch fragen woher kommt eigentlich dieser name das ist nämlich mein main ich bin dann meinen account ja immer um so bald ich punkte ab ich habe es war es war einmal ein game mit tobi leute teleport teleport hilfen der herrte geht weg mit tobi in der mitte und ich hatte eifern jungle ich habe gegen fiss gespielt das heißt ich war super scary bin richtig auf back gegangen damit ich nicht sterben und guess what tobi ist nicht gestorben gegen fiss essentiell starker gegner gegen den man nicht sterben sollte und ja irgendwann ist mein gegner war mein jungler hier invaded in die gegnerische base rein da in den jungle mein jungler braucht hilfe und ja dann war ich halt gerade nicht zur stelle weil ich defensiv gespielt habe und weil das halt der gegnerische jungle ist so dass als wenn mein jungler jetzt da hinten ist und ich bin gestorben und dann hat ich war gerade shoppen weil ich viel shoppen gehen und dann hat er gesagt aha vladimir gespielt base again schöner trade schöner trade komm mach deine ketten ketten und und ja und dann hat er jedes mal wenn ich base war geschrieben aha für space gern ich finde ich war nicht fürs vladimir aha base again aha du bist base again ich war tot ich war lege tot und er schaut aha base again ich weiß nicht ob er das gecheckt hat dass ich tot war aber ich war tot das reicht nicht brennt 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 ok das reicht nicht und ja deswegen das kann man jetzt auch aufs alles beziehen aha base again so so wenn du deine freundin beim netflix erwischt also ich meine jetzt wirklich nur netflix ja aha freundin netflix again aha oder wenn 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 du siehst wie deine freundin ein eisbecher hat julia also gern aha 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 also gern naja dann kann man auf alles beziehen auf alles man dieser typ der ist ein cutter abuser so heißt er zumindest aber er ist nicht cutter das problem ist dass er sich immer heilen kann aber in 13 haben wir ignatius wichtig ist dass wir nicht gegengt werden das wäre pokodomäne wir hätten auch bald eine ultimate wir dürfen wir müssen nur gucken dass er sich nicht heilt so jetzt haben wir ignatius leute am besten wir machen das folgende weise ich zeige euch wie wir das machen wir engagieren nämlich mit e er muss aber noch ein stückchen kommen ein stückchen ein kleines stückchen muss er kommen ein ganz kleines stückchen vielleicht hier so zur kanone dann ohne weil dann kann er mich nicht dann kann er mich erst anheilen nicht gilt nicht shoppen gehen dann kann er mich erst anheilen ich werde jetzt gleich 6 dann mache ich wir machen den insta-fisch der insta-fisch jetzt kommt der insta-fisch leute das macht das war lag mich sehr harsch und man ich hätte es früher machen sollen ich hätte es früher machen sollen man das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht diese scheiße wo sie meine gangs wer ama gangs send gangs mit läden rohan wo ist rohan wo ist viertel haben der wird noch sehen der typ der wird noch mal das war so close ich hätte früher vielleicht engagieren sollen ich meine je länger man wartet umso länger wartet man halt soll man seine walt benutzen das ist ein wischen score jetzt hat er irgendwelche items das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht aber ich hätte vielleicht doch mit q engage und dann hätte vielleicht auch gereicht wenn ich direkt ignited hätte das gepasst schade ja mann ok jetzt hat er auch ultimate vor allem wobei meine gleich auch wieder ready ist hier jetzt sprung von gustav und das schön allerdings so lange trades derzeit konkurrent ich habe zwar brestia bad konkurrent auch schön ich bin dabei ich bin dabei und unten brest die drauf ein schöner brest die ein zweiter schöner was die brenn stirbt brenn brenn stirbt brenn brenn stirbt later danke 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 mr ninja thanks appreciate man kann auch mal danke sagen leute wir sind einer gesellschaft wo selten danke gesagt wird einfach mal hashtag danke in den raum kann man machen kostet nichts ist umsonst so also jetzt können wir wir könnten jetzt räumen oder eine platte nehmen wir haben gerade so viele minions deswegen will ich aber ich sehe da unten auch potenz eine platte nehmen wir eine platte into bot lane so coming for christmas coming for christmas leute ich bin unterwegs aber ich brauche noch dreiviertel lichtjahre ja ich weiß dass keine zeitangabe sondern geschwindigkeitsangabe aber was ist wenn es doch gar keine geschwindigkeitsangabe ist sondern lichtangabe guttag einmal die blind old und tag einmal einmal zum sauen bitte wo bin ich wo bin ich hingecueht was passiert also es ja ich habe nichts okay irgendwas windows hat gelegt ja hey was ist passiert wo bei wen habe ich die cute bitte naja das ist nicht so geil okay machen wir mal bitte und bitte so jetzt fragen wir mr 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 wood sticks can you come mit i can ultim very easy easy killie schmisi so er blätet auch hier gerade in der mitte so ein bisschen rum der lund so wir haben leider noch keine ultimate gleich am west ultimate ok wait till my old i will do her at ja 43 leute er wo ist er shoppen okay das heißt das machen wir jetzt friezen oder wir wir gehen für einen quick bush into robot lane quick bush into robot lindler jetzt gleich vielleicht sollte ich die und warten aber jetzt jetzt ist der richtige moment jetzt ist der richtige brashnikov du bist du bist so was von tot ja der wo kein flash oder hat sie nicht hat sie nicht brauchst du nicht, kann sie nicht, will sie nicht, hat sie nicht. So, und jetzt holen wir uns noch Sona. Sona. Oh, Sona, eh. Sona. Da, da, da. Meint ihr, Sona ist eine Zeitangabe? Äh, wie weit, äh, ist die Welt vom Planeten Pluto entfällt? Sona. Drei Sonas. Fraschnikow! Was? Also, ich plädiere auf hat getroffen. Darauf plädiere ich. Das ist mir sehr wichtig, dass wir hierauf plädieren, Leute. Also, ja, 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 ne, 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 ja, ja, ne, also ja, okay, ja, 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 ja. Ähm. Und Bresti, ein schöner Bresti-Brock. Also, Leute, Bresti, Best Bresti. Also, ohne Witz, ich schwöre drauf. Es ist so gut. Du kannst es non-stop brocken, Leute, ich hab kein Mann am Ende. Leute, jetzt sind, also, ja, so, ja, so eine Q, Auto-Tag. Also, nee, ich bin raus. Da bin ich mal kurz raus jetzt. Also, ich bin raus. Leute, Ich bin raus. Kein Mana mehr im Business hier. Leute, 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 Leute. Ich bin leer. L, E, also ich könnte Bresti... Oh Gott, oh Mann. Okay, ich hätte eine Q. Q-Sprung und ein Bresti drauf. Kommt, ne? Leute, was geht hier? Leute, was geht hier? Ich könnte Sloan. Der Sloan, ne? War aber gut. Wir stehen... Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, ich habe Double Buffs. Ich habe Double Buffs. Snerbo. Double Buffs. Da unten ist, ähm... Little Wayne. Wir holen uns Sona, Leute. Passt auf, ich zeige euch den Turbo-Agenten-Play. Einmal bitte die Prank-Karten zum Vorteil. Oh, sie ist mit. Okay, aber... Ja, okay. Okay, scheiß drauf. Wir holen uns Drake. Bra, 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 bra. Leute, Regie sagt Majais? Ist das korrekt? Regie? Okay. Was Regie sagt, ist gesetzt, gegeben, gewordet. Gut, Majais ist da, hoffen wir. Wir können auch noch in der Brot-Ni-Welt. Können wir jetzt leider nicht bauen. Das heißt, wir machen die Magic-Band-Schuhe von Magic-Band. Es gibt Magic-Mike. Das ist der Bruder von Magic-Band. So. Ist natürlich immer gefährlich. Your lane is perfect. My bro is. Was meint er damit? Ähm. What do you mean with that? Bro. Nindra. Was meint er damit? Bin ich dumm? Was meint er? Meine lane ist perfekt. Your lane is perfekt. Slow push. Ah. Yeah, yeah. Love you. Doppelpunkt 3. Ich bin eh nicht auf meiner Lane. Also was interessiert mich meine Lane? Aber man muss natürlich Danke sagen. Danke, Anke. Das Problem ist, wir haben noch keine Ultimate. Und es könnte sein, dass da unten was im Busch lungert. Und da ist ein Wort, was mich gesehen hat. Das sind alles Faktoren. Wir könnten natürlich den Lidl-Wurf machen. Den. Ähm. Ähm. Lidl-Wurf. Ah. Ja, boom. Let me go. Let me go. Let me know. No, no. Let me go. Let me go. Let me go. Oh. Ah. Handel. Ähm. Also ich gucke zu. Ich bin raus. So, dann machen wir mal ein Brot-Need-Welt fertig. Also nicht fertig. So ein bisschen zu der und gehen mal Topline tanken. Derfen, derfen tanken. Oh. Boi, 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 boi. Vielleicht ein paar Secks würde ich nicht sehen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ja. Ich hab noch Bots. Ja, 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 ja. Wo ist die? Ja, ja, wo ist Sona? Wer, wen? Wo liegt die? Da, oh, da. Ah. Oh, Platten. Oh, da kann ich nicht Nein sagen. Wenn ich Platten sehe, I don't say no. You trust don't say no. Oh, shit. Ich finde, das wäre auch so die richtige Ich finde solche Sounds, wenn halt richtig gut fürs Game Wenn ich die einsprechen würde So bei der Cube Und dann die Velcos Ultimate Und Okay, das ist nicht bei uns Und wenn dann Zum Beispiel Twitchult oder Miss Fortschult Könnte man so gucken Das würde das Game aufwerten Oh, wir stehen 7-2, voll Pogodonese Pogo Pogo-Togo-Club, Leute Wir sind very good dabei, der ist 2-4 Der ist, glaube ich, aus Barbier Okay, er kann sich halt heilen Aber ich glaube, wir werden ihm jetzt meinen Fisch ins Gesicht hauen Meinen Dorsch Meinen Dorsch Wir müssen natürlich nur gucken Die haben an sich ein krasses Team Aber die hinten halt alle Ich habe gerade meinen Spell benutzt Was ein bisschen Arsch ist Aber ne, er ist halt auch nicht Tank-Lane-Maukite Sondern Top, äh, Support-Maukite Ist ein bisschen was anderes Sabelt, Flat im Air Ja, Bro, die sind voll im Air Wir brauchen als nächstes Item Void Staff Und dann gehen wir erst Lichbane oder sowas Die sind einfach voll im Air Okay, Silas, komm her Come to me, Bro Come, Bro 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 Shit, 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 shit Ich habe leider Das Beste wäre, wenn man Presti Das ist immer so eine super Zeitspanne So ein Turbo-Druck Wenn du Presti ausgebrockt kriegst Ähm Jetzt zum Beispiel Ne, also bevor Oh, schön Wenn man Presti geprockt kriegt Bevor Ähm Die Ultimate hochschnappt Das wäre Best-Case-Szenario Das klappt aber nicht immer Muss man sagen Also Ultimate drauf Q, Auto-Tag, W Ne, dann macht die Ult einfach Todes, Todes, Todes So, wir gehen mal schnell Bot-Line fahren Weil Farm ist auch wichtig Wir sind Level 9 Okay, alle sind Level 9 Außer Top-Line Der ist 10 Aber der macht auch nichts anderes Die beiden Ne, aber ein bisschen Farm einsaugen Ist nicht schlecht Ist nicht schlecht Ist nicht, ist nicht, ist nicht schlecht Ne, und man muss ja auch sagen Es gibt immer so ein paar Leute Ich spiele aktuell viel Dooku auch Und es gibt dann so ein paar Leute Die sagen Ja, ich lasse mich carryen Aber hier könnt ihr sehen Das ist komplett Solo-Q, Leute Ne, ich kann auch alleine Dinge machen Das ist korrekt Ne Ich meine Also ja, wir gehen jetzt mal shoppen So, wir brauchen jetzt Magic Ben Brauchen wir Magic Ben? Hm Passt auf Wir machen einen Deal Leute, einen Deal Wir gehen Schienen für die CDR Und ein bisschen Mahnen Und jetzt gehen wir Void Staff Ich glaube, das ist ein guter Deal, oder? Ein Deal Ein guter Deal Wenn ihr irgendwann jemandem einen Deal vorschlagt Sagt bitte Deal Okay Ähm Hier Gewerbebranche für Metallverarbeit Ich hätte einen Deal für euch Einen guten Deal Dieser Deal ist genau euch entsprechend So, wir fangen jetzt jemanden Oh, die sind alle da unten Oh, nein Oh, lol Aber da kann ich jetzt eine schöne Aldi-Mate reinhauen Ja Oh, ho, 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 ho Wo bin ich? Ich sehe mich nicht Ich jage Wo seid ihr? Hier ist doch der Schweinemann Der ist weggekommen Schweinemann, bleiben Sie stehen Sie sind verhaftet Sie sind verhaftet Schweinesprung Schweineflash Kionis Schweineattacke Brennen, springen Ja, schön Sambo Oh, wir haben 25 Stacks, Leute Da gehe ich jagen Ich habe aber nichts Ich gehe trotzdem jagen Bleiben Sie stehen Sie sind verhaftet Little Girl Ich bin tot Mama Oh, ja Shen Can I send you Nudes, please? Dieser Sie ist Shen Best Shen Wie oft hat er mich schon das Leben gerettet? Paar Mal auf jeden Fall schon Swap Swap Aber, naja, so funktioniert das ja Es wird immer wieder gesagt Es ist ein Team Game Also, warum nicht? Ne, Team Game T Game Soll ich gerne erst mal shoppen? Wir gehen jetzt Wollten die Stuff Erst mal Brauchen wir Ja, machen wir Wobei, eigentlich meine Ich schalte jetzt aufs Tejuani E Und die anderen sind aus Ich mache ein Vollstaff Vollstaff ist ja auch Damage Das vergessen viele Leute Ne, ist ja Vollstaff ist ja jetzt nicht so Als würde ich Full Tank gehen Es ist ja auch Schaden Schaden ist Schaden Nehmen wir an Nehmen wir an Nehmen wir an Nehmen wir an Nocturne Ich weiß nicht Schaffe ich denn Wir müssen seine Ich glaube er wird harsch Aber wir müssen seine Ultimate beten Er sein Schild beten Macht er sein Schild Auch irgendwann Oder nicht Jetzt toll Get me out Na ich würde Ich würde gleich Ich greife ihn gleich nochmal an Leute Wenn er kommt Komm her Naja okay Ja sein Schild ist halt scheiße Na sonst könnte ich ihn töten Aber Und er ist halt auch Keine Ahnung Sein Sanguine Blade So das Hielt halt wie Bekloppt Und ist ja jetzt auch voll stark Im Single Fight Ist er noch hier Na gut Na gut Na gut Na gut Was kostet Wollten die kostet 1,80 1,8 1,8 Und raus Und wenn er jetzt ultet Dann sind wir tot Okay Ja lass mal ein bisschen groupen Wir brauchen noch ein bisschen Mana Vielleicht sind hier ein paar Melonen im Fluss Ich hätte Bock auf ein paar Melönchen Ein paar leckere Melönchen Oh ja Das sind glaube ich die Honig Melonen Das war meine Minecraft Imitation So jetzt könnten wir den gebutterten Federdorsch machen Der gebutterte Federdor Okay der war wert Schmeiß ihn da rein Knock up in ihn Oder so Huade Okay machen wir mal Magic Ben fertig Würde ich sagen Wer Magic Ben hat Der hat Magic Ben Da da di Da da du Da da di da di Außerdem dieser Kack Nocturne alter Nocturne Stop That Vielleicht ist er ja nett und hört einfach auf Kann ja sein Stammen sie das Bleiben sie stehen Sie sind verhaftet Verhaftungssprung Scheiße Verhaftungslauf Autotec 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 Weh Solo Schön 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 Sehr gut So Da hat sie mir Schön die Kanone geklaut Wollte natürlich so Ja ich heile dich Und zack die Kanone gesnackt Und jetzt als letztes Würden wir Lich Spain gehen Eigentlich sollte ich Wenn ich mit Majais spiele Sollte ich eigentlich Stundiglase gehen Also jetzt würde ich erstmal Auf Glasi Glasi gehen Und dann auf Lich Spain Und dann sind wir auch schon full Fully Granaticus So da oben pushen die ordentlich rein Machen wir mal hier ein bisschen Stress So ich komme Komm wir machen den Den Hintertürfisch Leute Der Hintertürfisch ist auch Einer der bekannten Fische Der Hintertürfisch Leute Ja 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 Okay aber ich bin da Bra Leute 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 Ich bin nur auf der Durchreise Bin doch wieder da Wann break mit der Durchreise Haha It's a break Bra Da da di da du Double kill Schön 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 Baby Also man muss sagen Die Ultimate Ich benutze Ich verfehle sie zu oft Ich meine jetzt kommt es nicht so drauf an Weil es steht 3211 Aber Ich benutze die Ultimate zu Beziehungsweise sie hat zu wenig Cooldown Und dadurch werfe ich sie zu oft daneben Vielleicht sollte ich weniger als CDR bauen Weil dann gehe ich besser damit um Wisst ihr was ich meine? Oh...Protobelt! Oh, schade! Ich hab extra geflasht dafür. Für den Brotniebellt. Nanana... Nanana... Nanananana... Nanananana... It's the final! Schon wieder nicht. Haut den doch mal da rein! Ah, will ich gar nicht falten! Ich bin draus! Au, 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 au! No! Okay! Au Jack W und E! und was ist ja los leute könnt ihr aufgeben 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 ich nehme gerne leute mein er ist ziemlich gut also was heißt ziemlich gut aber ich glaube so wenn wir glück haben leute wobei lasst uns erst das ding beenden aber jetzt kommt ein gg well played pro die welt die sprung oder schild ich würde fast zu brethren gemacht und feuer getroffen bringt zwar nicht so weit getroffen heißt 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 okay ich nenne dich mit schenken scheiße erst schon raus scheiße das ist nicht dumm ich sage ich meine kda kaputt gemacht also das heißt jetzt ist komplett im einmal ja leute können wir beenden oder das schafft jetzt nicht mehr kommt end 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 jetzt so machen wir noch im blitz spät fertig dann sieht ein bisschen besser aus ich bin jetzt echt nicht auch leute leute ok schön das heißt also meinem erst ziemlich gut also glaube ich also die frage ist was ist ziemlich gut ich glaube schon dafür dass ich ziemlich viele games auf dem account habe ich denke mal so also mit 21 wäre ich äußerst zufrieden aber ich würde sogar eine kleine chance auf 22 gesetzen wisst ihr was ich meine aber ich glaube ein zwanzig ist gut machen wir 21 machen wir 21 wir honorieren chen akku irgendwelche kürze ich will die komi oriana haben der sieht richtig cool aus oder der oiana skin oh ja in der single game you was the very best fist player ok danke 90 give me my news hmm how it was pre there ha 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 no news gackers hat 2019 man ja auch na ich wenn sie was ich habe es natürlich gemuffde und gefallen auf wiedersehen Wir sehen uns Auf meinem zweiten Kanal Gibt es heute wieder Satisfactory Und äh Ich glaube ich gebe es auch Demnächstes Mal Subnautica wieder Und later Tschüss Miau Miau Later Hab euch lieb Hab euch lieb